Ich lerne Deutsch. Rhein Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das ist rein akademisches Interesse. Betont, dass das Interesse nur akademischer Natur ist und keine praktischen Anwendungen verfolgt. Es war eine rein zufällige Begegnung. Es war eine rein zufällige Begegnung. Betont, dass die Begegnung vollständig zufällig war und nicht geplant. Das ist rein theoretisch möglich. Betont, dass etwas nur in der Theorie möglich ist und in der Praxis möglicherweise nicht umsetzbar. Ihre Entscheidung war rein egoistisch. Betont, dass die Entscheidung ausschließlich aus egoistischen Motiven getroffen wurde. Das Wasser ist rein und frei von Verunreinigungen. Betont, dass das Wasser vollkommen sauber und ohne jegliche Verunreinigungen ist. Es war eine rein finanzielle Angelegenheit. Es war eine rein finanzielle Angelegenheit. Betont, dass es sich nur um finanzielle Aspekte handelte und keine anderen Faktoren eine Rolle spielten. Der Plan basiert auf rein hypothetischen Annahmen. Der Plan basiert auf rein hypothetischen Annahmen. Betont, dass der Plan ausschließlich auf Annahmen basiert, die nicht unbedingt der Realität entsprechen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. und schlusslos drauf. Und gib uns bitte mit dem Glasfam. Dann schluss los. ,... ... ... ... ... ...